Ich finde immer, für so ein altes Auto ist das eigentlich nicht schlecht, oder? Ja, du hast eigentlich eine moderne gute Aufhängung drin. Doppel-Dreieckslenker, KW-Verwerk, was willst du noch mehr? Als Bastard-Einstellung. Weil ich das Chassis-Flexen bis jetzt noch nicht gemerkt habe, fühlt sich jetzt nicht so schlimm aus. Du wirst die Blutze hier in der Gegend kennen, oder? Naja, da gibt es gar nicht. Da drüben können wir jetzt auf eine Kurve, wo wir ein bisschen fliegelassen können.